Moin Steven, lass uns einmal mit einem kurzen Rückblick anfangen. Beim 1-1 gegen Heidenheim hast du ja von Anfang an auf dem Platz gestanden. Wie hast du das Spiel mit ein paar Tagen Abstand in Erinnerung bzw. wie ist die Analyse ausgefallen? Ich denke wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein super Spiel abgeliefert, wo wir es verpasst haben das Tor zu machen und hinten raus ein 1-1 wo wir alle mit leben können, aber da war sicherlich mehr drin. Ihr habt ja immer wieder die Flügel überlagert, das hat mit dir ganz gut geklappt. In der fünften Minute glaube ich hättest du fast Occi ein aufgelegt. Könnte das jetzt auch wieder ein Mittel gegen Bremen sein? Ja absolut. Ich glaube Occi vor allem macht sehr sehr gut, macht die Bälle fest und ich hoffe dass er sich ja morgen auch dann wieder belohnen kann. Das hoffen wir doch auch. Du hast ja in der Hinrunde schon verraten in unserem Interview hier, dass du Abendspiele besonders gerne magst. Jetzt steht gegen Bremen das letzte Abendspiel der Saison an. Ist die Vorfreude schon da? Absolut riesig. Also ich glaube es ist ein absolut geiles Stadion. Die Fans machen immer mega Stimmung. Für die geht es um viel. Insofern hoffe ich dass wir da die Leute ein bisschen ärgern können und was mitnehmen können. Jetzt sprichst du das Stadion schon an. Mehr als 2500 Kieler werden auf jeden Fall die Reise mit nach Bremen antreten. Das Spiel wird nahezu ausverkauft sein. Uns wird im Wieserstadion eine große Kulisse erwarten, das ist glaube ich klar. Du hast da ja schon mal gespielt mit Scheibe. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick verschaffen, was erwartet uns da? Ja, die werden Stimmung machen von der ersten Minute an. Das wird eine riesen Atmosphäre. Das stelle ich mir zumindest auch vor. Trotzdem hoffe ich, dass sie da nicht mit einem lachenden Gesicht am Ende rausgehen. Wie ist das bei dir? Blendest du so eine Kulisse dann aus für dich, um dich auf das Spiel zu konzentrieren oder ziehst du daraus sogar noch ein bisschen Kraft, Energie? Also ich finde es immer geil, wenn volle Stadien sind. Die Stimmung, wenn die gut ist, dann pusht es einen selbst auch nochmal, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Insofern freue ich mich riesig darauf und bin begeistert. Kann man sich auf sowas dann in der Trainingswoche auch irgendwie vorbereiten? Es ist schwer, das zu simulieren, zumindest die Atmosphäre, aber die Vorfreude, da weiß man, was auf einen drauf zukommt und deshalb ist sie riesig. Sollte Dresden am Samstag nicht gewinnen, wäre der Klassenhalter ja auch rechnerisch sicher. Was stimmt dich aber positiv, dass ihr das vielleicht schon gegen Bremen aus eigener Kraft mit mindestens einem Punkt schafft? Ich denke vor allem die letzten Spiele und auch die Trainingswochen stimmen mich da sehr positiv. Und ich will Freitag schon feiern, was wir feiern können und nicht erst auf Samstag warten. Alles klar, dann drücken wir die Daumen. Danke.